Meine Freunde, schön, dass ihr da seid und heute geht's wieder weiter mit japanischer Werbung. Und ich bin gespannt, was heute mit drin ist. Ich liebe diese Werbung einfach. Also lasst uns einfach loslegen und loslegen. Yeah. Los geht's auf 3, 2, 1, let's go! Hey, die kenne ich doch. Bessel no ki onigiri. Hä, sind die geröstet oder so? Oder was? Wie geil es halt einfach ausschaut. Okay. Okay, die haben Minze mit drin. Die haben auch Poké gemacht. Oh, lecker. Ich hab so Bock drauf gerade. Nissi, beste Nudel. Verwandlung zur Nudelprinzessin. Ja, krass, was ihr da wohl nachgemacht habt. Und Hörnchen. Hörnchen. Was? Jetzt sieht's aus wie von, äh... Okay. Das sieht cool aus. Kloff, kloff, kloff. Kloff. Ist hier kurz. Und dann kannst du sie streicheln und umziehen und kämpfen. Ich will diese, ich will diese Spiele haben. Ja, ja, ich will dich auch streicheln. Ah, 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 ah. Was? Meikashaki. 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 Nein. Ja, komm, äh. Viel zu viel Energie. Viel zu viel Energie. Was? Ich find's so cool, dass die auch Fußball spielen. Also das ist da auch relativ großes, groß. Warum die alle Handys? Der hat LTE-Geschwindigkeit. Don't LTE. Cool move. Ey, die haben wirklich LTE. Was? Was? Dreck oder was? Oder Bakterien oder... Kakerlaken sind das, glaub ich. Ach so. Aber wie? Warum stehen die so da? Sie ist eingefroren. Alles klar. Alles klar. Wah. Kawaii. Oh, noch mehr. Und dann die Grampy Cat. Ochs Gott. Wimobile. Wimobile. Mama, 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 Mama. Mama, 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 Mama. Oh Gott, putz ich. Kantan. Die haben auch Viscas übrigens, hab ich gesehen. Waren das grad Klöten? Das war doch ein Spiel, ne? Für die Playstation oder so. Ja, Playstation 3. Das hab ich nie gespielt. Das hab ich nie gespielt. Hallo. Bahamunde. Mann, die machen so geile Games, Mann. Nein. Was? Was ist hier passiert? Oh, lecker. Oh, Leute. Echt geil. Was fandet ihr am besten? Also ich liebe ja Nudelnwerbung. Ich fand dieses Säderboden-Dings gar nicht mal so schlecht. Aber ja, Nissin ist halt schon geil. Ist schon geil. Und Japan ist so gut und so. Egal. Auf jeden Fall, was hat euch am besten gefallen? Schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Sayonara, ihr Kleiden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Yeah, ich bin heißer. Hab fala's. Wir sehen uns das nicht. Und wir sehen uns das nicht. Wir sehen uns das nicht. Unsere Zuschauer.